Zwischendurch trinken nicht vergessen. So. Heute gibt es wieder was zum Thema Ernährung beziehungsweise Erläuterung eines Makronährstoffes, wo sich viele schwer tun. Das sind die Kohlenhydrate. Kohlenhydrate. Denn da gibt es unterschiedliche Kohlenhydrate. Es gibt sogenannte natürliche Kohlenhydrate, sehr komplexe Kohlenhydrate. Es gibt unnatürliche Kohlenhydrate. Die sind nicht komplex, das sind die einfachen Kohlenhydrate. Und da ist immer die Frage bei vielen ja, was ist jetzt tatsächlich der Unterschied? Diesen Unterschied würde ich euch gerne erklären. Es gibt auch noch solche Ausdrücke wie glykämische Index, glykämische Last, Was ist das eigentlich? So. Und da gehen wir mal direkt rein in die Kohlenhydrate und knöpfen uns mal was vor. Und zwar nehmen wir jetzt mal einen Toast und gucken uns den Toast an und stellen fest, okay, das Ding ist weiß, Schneeweiß. Und was ist jetzt da drin in diesem Toast? Sehe ich das direkt? Okay, wenn man, klar, ein bisschen in Biologie aufgepasst hat, weiß ich, okay, da ist Mehl drin. Okay. Wenn ich Toast esse, wie schmeckt Toast? Das schmeckt relativ süß, ne? So, und somit habe ich hier mit einem Toast einen Kohlenhydratträger, einen Energielieferant im Bereich der Kohlenhydrate, der jetzt, ups, der jetzt nicht unbedingt natürlich ist. Was heißt nicht unbedingt? Er ist nicht natürlich. Denn das Mehl, das dafür benutzt wurde, ist so fein ausgemahlen, so hochfein ausgemahlen, dass, ja, dieses Mehl natürlich ganz weit weg vom Ursprung ist. Der Ursprung eines Mehlens ist ein Korn. Diese Stärke eines Korn, das wird ausgemahlen und daraus macht man dann ein Lebensmittel, ein Kohlenhydratträger. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Toast nehmen und wir essen diesen Toast, was passiert mit dem Toast? Meistens ist da nicht noch Marmelade drauf oder sonst braune Creme oder Honig oder sonst irgendwas, auch noch Butter mit drauf. So, in dem Moment essen wir das, es rutscht die Speiseröhre runter, kommt im Magen an, die Magenpferde macht aus und dann geht es rein in den Darm. So, und der Darm ist ja dafür da, das, was wir essen, zu zerlegen. Das heißt, im Darm sind ganz viele Mitarbeiter, müsst ihr euch vorstellen, mit Hammer und Pickel und mit Schaufel und die zerlegen das, was da kommt, in kleinste Anteile, machen das portionsgerecht, so, dass es dann letztendlich über die Blutbahn in den Körper transportiert wird, um da natürlich seine Wirkung zu entfalten. Wenn wir jetzt natürlich einen Kultraträger haben, von Weißbrot, dann ist es ja so, dass letztendlich der Darm keine Arbeit mehr hat. Dieses Weißbrot ist schon so weit vorbereitet, dass es natürlich im Darm keine große Arbeit mehr ist, dieses Teil zu zerlegen, in kleinsten Anteilen und dann in die Blutbahn zu transportieren. Das könnt ihr euch vorstellen, Toast fällt rein, Vorder macht auf, Darm geht rein, Darm zack, 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 innerhalb von ganz kurzer Zeit wird es zerlegt, die Männchen müssen nicht viel arbeiten, mini, mini, mini Arbeit und dann wird es in den Schubkarren geladen, zack, und dann rennen die Männchen ab in die Blutbahn und schütten da schubkarrenweißes Zeug rein. So, im Blut kommt der Zucker an, das ist ja runtergerechnet, die Kultraträger, das zerlegte Toastbrot, ist ja zuckerzerlegt. So, und der Zuckerspiegel steigt an und dann kommt das Signal an die Bauchballdrüse, Himmelswillen, der Zuckerspiegel ist zu groß, bitte die Feuerwehr rausschicken, die Feuerwehr ist Insulin, Insulin kommt aus der Garage rausgebrezelt mit seinem Rennwagen, führt vor, hat drei Anhänger dann, schmeißt dann die Zuckermoleküle drauf und heizt weg und schmeißt den größten Anteil dann auch noch in die Fettzelle. So, das ist natürlich jetzt eine relativ unnatürliche Form, den Körn mit Energie zu versorgen, über Weißauszugsmehl, über einfache Grote, dazu gehört natürlich Weißbrot, dazu gehört auch Mischbrot, dazu gehört auch Schneckenudel, dazu gehören Croissant, dazu gehören Süßigkeiten, dazu gehören gesüßte Getränke, dazu gehören weichgekochte Nudeln, dazu gehört Kartoffelbrei, all die fallen dort rein. So, und das ist relativ unnatürlich, weil diese Kohlenhydrate so in dieser Form in der Natur nicht vorkommen. Der Mensch hat sie aufbereitet, um sie erstens schmackhafter zu machen und zweitens, damit man mehr davon isst. So, und jetzt gehen wir mal rüber und gucken uns dann das natürliche Kohlenhydrate an. Natürliche Kohlenhydrate sind zum Beispiel Körner. Wenn ich jetzt zum Beispiel Rockenkörner nehme, Dinkelkörner nehme, Urweizenkörner nehme, dann habe ich hier ein Korn und da ist eine Schale außenrum und noch ein Schutz und innen drin ist die Stärke. Und die Stärke innen drin, das ist das, was wir wollen, das ist der Energielieferant, den wir haben wollen. So, wenn wir jetzt ein Vollkornbrot nehmen, also ein Pumpernickel zum Beispiel, ein ursprüngliches, ohne große Zuckermelasse, ganz natürlich aus Westfalen, Pumpernickelbrot. Viele Körner, wenig Teig oder ein Wohlen Pure Brot, das ist ein Essener Brot mit ganz vielen Körnern. Diese Körner werden in lauwarmes Wasser gelegt, elf, zwölf Stunden, bis sie kurz vorm Keimen sind und dann werden sie vom Brot gepresst. Dann habe ich hier in dieser Hand habe ich ein Vollkornbrot. Und dieses Vollkornbrot, da gucke ich drauf und sehe, ein Korn, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hunderte Körner sehe ich da. So, und jetzt muss man sich vorstellen, dieses Brot nehme ich. Da brauche ich allein schon mit dem Kauvorgang, viel länger mit dem Toastbrot, ich muss das kräftig kauen und zerlegen, um die Vordaung anzuregen im Mund. Und dann rutscht das runter über die Speiseröhre, kommt unten in unserem Magen an und der Magen lässt dann nach einer gewissen Zeit durch in den Darm und der Darm macht auf und schreit, wow, Vollkornbrot. So, und jetzt kommen ganz viele Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter, die sind sehr zahlreich und die fangen jetzt an mit Hammer, Pickel und Schaufel diese Körner aufzuspalten, diese Körner zu zerlegen, weil die wollen ja nach innen in den inneren Stärkebereich, wenn sich das Zeug innen raus holt, die wahre Energie. Und dafür müssen die viel arbeiten. Das heißt, die ganzen Mitarbeiter im Darm sind beschäftigt, dieses Vollkornbrot ständig zu zerlegen und dann wandert dieses Vollkornbrot durch den Darm durch. Und überall sind die Mitarbeiter zerlegen, sägen, arbeiten, machen, tun und da kommt ein alter Traktor, bup, 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 vorgefahren, drei Anhänger an den anderen und die Leute laden ganz langsam das Material auf und der fährt langsam, bup, 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 fährt er wieder raus. Ein Teil davon wird gleich verbrannt, wird gleich verarbeitet und bis er in der Zelle ankommt, ist nichts mehr in dem Anhänger drin, weil ich ihm alles rausgeklaut habe, verarbeitet habe. So, und das könnt ihr euch vorstellen als natürliche Kohlenhydrate. Das heißt, einfache Kohlenhydrate werden einfach super schnell verarbeitet und das hat den Nachteil, dass der Zuckerspiegel unnatürlich hoch ansteigt und ein unnatürlich hoher Zuckerspiegel, der sorgt wiederum dafür, dass wir einen Überzucker haben, danach einen Unterzucker. Und der Unterzucker, wenn der Zuckerspiegel so weit runter geht, weil das Insulin zu schnell gefahren ist, dann kriegen wir wieder Panik und haben Hunger, Heißhungerattacken, weil der Zuckerspiegel zu schnell nach unten fällt, weil die zu schnell fahren. Und wenn wir aber dann komplexe Kohlenhydrate, natürliche Kohlenhydrate, diese Körner nehmen oder eine Kartoffel nehmen, die nur im Backofen gebacken ist, kein Kartoffelbrei, keine weiche Kartoffel. Und wenn wir eine Vollkornnudel nehmen, dann dauert es viel länger, bis der Blutzuckerspiegel ansteigt, weil viele Mitarbeiter müssen viel länger arbeiten, die müssen ja auch schon viel mehr Energie aufbrauchen, um das zu zerlegen. Und dann fahren die langsam deiner Gegend rum und dann, da brauche ich ein bisschen Energie, komm her damit. Und somit fließen diese Energiearten viel langsamer ins Blut. Und wenn sie langsamer ins Blut fließen, dann steigt der Blutzuckerspiegel auf nachtürliche Weise an und sinkt wieder auf natürliche Weise ab. Und das ist der krasse Vorteil, der gesunde, natürliche Kohlenhydrate mit sich bringt. Das war die Erklärung von Kohlenhydrate, unnatürliche, sogenannte industrialisierte Kohlenhydrate, die nicht gesund sind, wo uns Menschen letztendlich krank machen und fett machen, in der Tat. Und die gesunden Kohlenhydrate, die natürlichen, ursprünglichen Kohlenhydrate. So, ihr Lieben, das war meine Ausführung zum Thema. Ich hoffe, dass ihr es verstanden habt. Ich habe es so einfach wie möglich gemacht. Ich freue mich natürlich auch gerne über ein Feedback von euch, wenn ihr sagt, jo, das hat sich gut angehört. Darüber freue ich mich. Dankeschön und wünsche euch natürlich ganz viel Spaß bei allem, was ihr tut. Müssen wir gerade was gucken. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, denn die sind ja immer nur zehn Minuten, die Videos. Ich habe ja noch fast eine Minute. Wenn ich fast noch eine Minute habe, dann darf ich auch pitchen. Ja. Ja, ich darf mich anbieten. Wisst ihr warum? Weil ich eine geile Ware habe zu verkaufen. Und zwar Beratung. So genau zu diesem Thema. Und zu diesem Thema Gesundheit. Langfristige Gesundheit in unserer gesunde Zukunft. Das geilste Investment ever. Denn wenn wir gesund bleiben, haben wir viele Wünsche. Wenn wir krank sind, haben wir noch einen Wunsch. Und deswegen, Freunde, ihr könnt mich buchen. Ich bin bereit, mit euch gemeinsam die Baustelle anzugehen. Gesund ernähren, gesunder Schlaf, Bewegung, Achtsamkeit. Das ist mein Paket. Und ihr sagt, yes, ich möchte jetzt endlich loslegen. Dann kennt ihr mich und ihr könnt ganz einfach oben in einer Bio draufklicken und dann landet ihr bei mir auf meiner Page. Und in Kürze haben wir dann unser erstes unverbindliches Erstberatungsgespräch. Dankeschön. Bis bald.